Das ist auf jeden Fall ein staatsterroristischer Akt. Das können keine privaten Akteure gewesen sein. Also insofern, ein Terrorakt muss geahndet werden. Also man muss der USA ganz deutlich sagen, so geht es nicht. Schon seit Jahrzehnten ist in Dorn im Auge preiswerte russische Energie für Deutschland und im Gegenzug eben Technologie für Russland. Das war also immer schon den USA in Dorn im Auge. Und insofern, Chiu Bono, wem nützt es? Den USA. Und wenn wir dann alles andere noch zusammenlegen, dann kommen wir dahin, dass es also nur die USA hätte sein können. Also wir sehen, dass die USA die Ukraine gegen Russland in Stellung gebracht hat. Und man kann auch durchaus sagen, die Ukraine auch aufgehetzt hat. Es stand ja in Rede, dass die Ukraine, die NATO soll ein Aufmarschgebiet haben, um Russland zu schwächen. Und dann kommen wir dann auch aufgehetzt.